Null von Elena Produnova, damit ist sie nicht vorne, zumindest nicht im Augenblick. Man dann, Wang aus China. Siebte des Mehrkampfes und da hat sie 9,80 geturnt. Ihre Übung fällt mir auf, sie lässt den Barren sehr locker stehen, also es wackelt alles. Aber vielleicht braucht sie diese Unterstützung. Noch ein Flugteil, ja Katschew. Ja, jetzt wird draufgepackt, die chinesischen Turnerinnen mit einer bärenstarken Leistung. Wang, der Trainer, die, die nicht im Einsatz sind, auch die Herren aus der chinesischen Nationalmannschaft, sitzen auf den Rängen. Und es ist schon aller Ehren wert. Vielleicht packen sie es im eigenen Land, eine Korkina vom Thron zu stoßen, auch in Nusan waren ja zwei Chinesinnen hinter Zandana Korkina. Platz 2 und 3 nur. Vielleicht schafft es Mandan Huang. Zu begutachten. 9,825 die Wertung für Mandan Huang.